Hallo liebe Freunde der Nacht des Sufs und der käuflichen Liebe und herzlich Willkommen auf Queensworld. Dies ist Versuch 372,534 für die Aufnahme eines Kanaltrailers und ich habe mich jetzt mittlerweile so oft verhaspelt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich erzählen wollte. Deswegen fasse ich mich ganz kurz, lasst euch von mir mitnehmen auf eine Reise, die uns in die verschiedenen Welten der Spielebranche führt. Wir werden gemeinsam Survival-Games zocken, wir werden mit anderen YouTubern zusammen Projekte auf die Beine stellen, die euch und uns gemeinsam Spaß machen sollen. Ich bin ein hundsmiserabler Schütze mit mehr Glück als Verstand, wenn ich denn mal einen Gegner treffe. Ich löse Rätsel in Adventure-Games eher schwerfällig und ich fahre alles was zwei, vier, sechs oder acht Räder hat mit Sicherheit zu Schrott. Wenn euch solche Spielszenen gefallen oder es euch reizt, mir den ein oder anderen Tipp in solchen Spielen zu geben, bleibt gerne hier, schaut euch das ein oder andere Video an und gebt mir gerne Feedback. Auch auf Twitch findet ihr mich im Normalfall irgendwann am Wochenende und da freue ich mich besonders drauf. Lasst uns gemeinsam die ein oder andere Runde live zocken, so dass ich mit euch gemeinsam aktiv das Spielgeschehen beeinflussen kann. Bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Gruß, haltet die Ohren steif und macht's gut. Bis dahin.